Wo ist der Lotus-Tempel auf der YouTuber-Insel? Die YouTuber vom Lotus-Clan wollten auf der YouTuber-Insel ihre Base geheim weit weg von allen anderen bauen, sind gemeinsam aus den Paulberger Hills ausgezogen und weit in eine Richtung weggeflogen auf der Suche nach einem neuen Platz. Diesen haben sie dann auch ziemlich schnell gefunden und neben einem Dorf auf einem kleinen Hügel den Lotus-Tempel gebaut. Schon ziemlich schnell danach haben aber ein paar andere auf der YouTuber-Insel diesen Tempel gefunden. Aber wo ist er eigentlich? Wo ist der Lotus-Tempel in Minecraft gebaut worden? Wir kennen den Seed von der YouTuber-Insel-Map. Deshalb haben wir auf dieser Welt jetzt natürlich schon die Paulberger Hills und die Flauschi-Insel finden können. Wenn man die Welt erstellt, ist man natürlich erst einmal auf der alten YouTuber-Insel. Weil die meisten von den Paulberger Hills aus zum Lotus-Tempel geflogen sind, starten wir am besten von dort. Hier sind heutzutage die Paulberger Hills. Man hat schon oft gesehen, wie YouTuber, um in die Richtung vom Lotus-Tempel zu fliegen, in diese Richtung gegangen sind. Das machen wir jetzt auch. Die Reise hat natürlich lange gebraucht, aber wir haben es gefunden. Das ist die Stelle. So sah es aus, bevor hier der Lotus-Tempel gebaut wurde. Hier rechts ist das Villager-Dorf, hier vorne ist der kleine Wald und hier der kleine Seen, in dem Blackjack reingefallen ist. Auf diesem Hügel hier steht der Lotus-Tempel. Die Koordinaten von dem Lotus-Tempel sind 1721, 86, 1382. Dort wirst du genau hier stehen. Viele haben diesen Tempel natürlich schon gefunden. Aber die Frage ist jetzt, wo ist die Alpha-Clan-Base? Kann man die auch finden? Abonniert und jetzt tschüss.